Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, heute gab es für Mama auch ein großes Erfolgserlebnis, heute seit genau 14 Tagen macht sie eine Diät, als sie dann heute Morgen auf die Waage gestiegen ist hat sie sich so mega dolle gefreut ich sag's euch, sie hat in 14 Tagen satte 2,5 Kilogramm abgenommen, und das auch noch ohne Sport, am Tag hat sie zwischen 800 bis 1000 Kalorien zu sich genommen, plus minus, manchmal hat sie auch nur knapp 600 Kalorien gefuttert, und was ihr am meisten geholfen hat und da ist sie sich ziemlich sicher, grüner Tee mit Matcha, denn grüner Tee kann den Stoffwechsel direkt anregen und zur Fettverbrennung beitragen, Matcha dagegen kann auch das Sättigungsgefühl erhöhen was dazu führt, dass man weniger isst und somit weniger Kalorien aufnimmt, von dem hat sie 1,5 bis 2 Liter am Tag getrunken, im Allgemeinen fühlt sie sich jetzt richtig gut, sie strahlt so richtig meine kleine dicke Butterbirne, oh man bald ist es soweit und ich muss mir einen neuen Kosenamen für sie aussuchen, wenn sie denn noch weiter abnimmt, ich hoffe sie zieht die Diät diesmal richtig durch, wir wissen alle, dass Mama nicht dick ist, oder war, aber sie hat sich einfach nur noch unwohl gefühlt, und wenn man sich unwohl fühlt dann sollte man dagegen was unternehmen, es geht nicht mal nur darum abzunehmen, denn wenn man sich gesund ernährt fühlt man sich im Alltag einfach viel besser und elanvoller, Mama du schaffst das, ich glaub an dich, glaubt ihr auch an meine Mama, oder denkt ihr sie wird früher oder später aufgeben, wir werden sehen, ich hoffe mein Video hat euch gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Pfötchen nach oben und bitte abonniert meinen Kanal um nichts mehr zu verpassen, das würde mich so mega doll erfreuen, ich hab euch ganz doll lieb und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ganz viele Küsschen aufs Nüsschen, Vuminator der Ernährungsberater out.